Hallo zusammen, ich bin Fabian und ich bin einer der Guides beim diesesjährigen Chef for a Day Projekt. Beim Projekt Chef for a Day übernehmen wir einmal im Jahr das Zeppte für eine spezielle Tätigkeit. Vor zwei Jahren hat unsere Mensa für einen Tag gehört, letztes Jahr hatten wir das Mitarbeitermagazin zu verantworten und dieses Jahr helfen wir beim Rollout an vorderster Front für die neuen Arbeitsplätze. Zu meinen Aufgaben gehören die Instruktion, das anschliessende Vorführen der Geräte und das Betreuen der Mitarbeiter. Dabei wird eine Tatkräftung von meinen Mitlernenden unterstützt. Unser Ziel ist es, die Mitarbeitenden bestmöglich auf ihren neuen Arbeitsplatz vorzubereiten. Ich finde Chef for a Day eine super Sache, die wir Lernenden von Anfang an bis zum Schluss bei einem grösseren Projekt mitarbeiten und auf Verantwortung übernehmen können. Ausserdem habe ich das Gefühl, dass wir uns besser kennenlernen und dass das zusammenschweißt. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Es heisst, die Lernenden sind Chef for a Day. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.